Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute gibt es ein Aufgebraucht-Video, denn ich habe mal wieder meinen Müll gesammelt, der sich in diesem wunderschönen Körbchen befindet. Das Körbchen ist fast voll geworden und ja, wenn du Bock drauf hast, mit mir mal so ein bisschen die ganzen Geschichten Revue passieren zu lassen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, meistens ist hier ganz viel Pflege drin aus verschiedenen Preiskategorien, sowohl wenn ich mal so aus Adventskalendern oder irgendwie in Boxen oder so auch so hochpreisige Sachen drin habe oder mir die tatsächlich auch selber mal gekauft habe, ist es hier mit dabei, Drogerie ist mit dabei, mittelpreisige Sachen sind dabei, dies, das, Ananas und ich liebe Aufgebraucht-Videos, weil ihr bekommt da tatsächlich auch die ja beste Review von dem Menschen, der euch das erzählt, weil die Produkte sind halt leer. Ja, das, was nicht leer gegangen ist, findet ihr im Flop-Video und ich starte hier einfach mal mit Balea, das ist das Wasserspray Aqua und ich habe das verwendet, um meine Schwämmchen anzufeuchten, um mein Gesicht so ein bisschen zu, ja, wie soll ich das sagen, zu setten, wie auch immer, ne? Wenn halt quasi meine cremigen Texturen aufgetragen worden sind von mir, bin ich da nochmal drüber gegangen und dann halt nochmal ganz, ganz leicht mit dem Schwämmchen drüber. Gerade im Sommer, wirklich großartig und du kannst es auch ganz gut verwenden, um einfach so im Büro zum Beispiel deine Beine mal kurz anzufeuchten oder so, da muss man nicht unbedingt direkt sich in einmal Wasser ins Büro stellen oder so, da ist es halt ein bisschen praktischer, ne? Für mich, weil ich es halt vor allem im Make-Up-Bereich aufbewahrt habe, kommt es jetzt auch zur Seite, weil ich sammle ja auch meine aufgebrauchte dekorative Kosmetik dieses Jahr wieder. Dann habe ich hier was von Purish und zwar ist es das, äh, die Greek Yogurt Deep Hydrating Face Mask von Korris. Ja, habe ich mir mal gekauft, einfach weil selbar ist, glaube ich, auch immer noch, da könnt ihr mit Claudies Welt 10 drauf sparen und sollten die Produkte sogar auf meiner Collection-Zeit, könnt ihr bis, ich glaube, morgen mit Claudies Welt 15 drauf sparen. Ähm, da ist ein Top-Fleece bei dieser Maske mit dabei, ist eine Tuchmaske, ne? Das Serum zieht direkt ein, also du kannst jetzt nicht irgendwie mit einem Gua Sha da später irgendwie ein Rampampam machen und, äh, es gibt halt eine entspannte, genährte Haut, ich fand die top. Also für mich wirklich eine ganz coole Geschichte. Ich finde es ein bisschen traurig, dass wir bei Purish relativ wenige Tuchmasken oder so finden. Ich bin da ja so ein kleiner Junkie und zwar auch, hübs, upsala, so sehr, dass ich mir sogar von Schäden hier diese regenerierenden Fußpatches aus der Box auf die Füße gesetzt habe. Und zwar über Nacht, das ist dieses hier gewesen und, ähm, ja, das macht man halt so hinten auf die Fersen drauf, ne? Oder, ich weiß nicht, ich pflege meine Füße ja schon sehr. Ich benutze ja nicht irgendwelche, ähm, Reiben oder sonst irgendwas, um meine Haut halt zu schädigen. Das heißt, ich glaube, eigentlich hätte ich es nicht gebraucht. Ich habe da keinen großen Effekt gemerkt. Ähm, ich glaube, wenn man halt vielleicht sowieso da so sehr verhornte Haut hat oder so, kann ich mir das vorstellen. Oder wenn man halt, äh, bei einem Städtetrip oder so die einfach mitnimmt und wenn man dann halt wirklich so plattgelaufene Füße hat und sich die dann über Nacht drauf macht, kann das ganz gut helfen. Ähm, aber ich persönlich habe es jetzt so nicht gebraucht, bin ich ehrlich, ne? Auch hier gerade mit rausgefallen ist von Isana die Night End Beauty Tuchmaske mit Panthenol, Hyaluronsäure, Argan- und Traumkernöl. Die hatte ich von der lieben Janine Geschenke kriegt. Ich fand die mega beruhigend, ähm, wie eine leichte Creme war die vom Finish her. Also wirklich so ein gut getränktes Fleece, was irgendwie halt eher wie so eine, ja, Lotion-Creme quasi war. Und ich fand die top. Also für mich war das eine schöne beruhigende Sache, die man sich jetzt halt auch so wirklich in der warmen Jahreszeit ganz gut in den Kühlschrank packen kann. Und dann, äh, wenn man halt einen Tag draußen verbracht hat, wo die Haut dann auch entsprechend beansprucht wurde, gegebenenfalls abends einfach mal drauf machen und genießen. Ich glaube, das kommt ganz gut. Ähm, dann habe ich hier von Daltone aufgebraucht das Classic Clean Sensitive Hautberuhigende Gesichtswasser. Das ist dieser Toner. Ich habe ja auch eine, ähm, ja, langjährige Kooperation mit Daltone, jetzt gerade den Code Beauty Cloudy für 20% Rabatt. Solltet ihr doch dort noch nie vorbeigeschaut haben, wäre jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt. Ich weiß es nicht, denn jetzt, äh, der Code gilt halt auch auf die Sets, sodass ihr da dann zum Beispiel diese, ähm, Starter-Sets und so weiter super günstig bekommt. Teilweise fast 50, nee, mehr als 50% günstig. Ist schon krass, ne? Also schaut da gerne mal vorbei. Ich setze euch einfach mal so ein paar Inspirationslinks in die Infobox. Und, ähm, ja, finde ich sehr, 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 sehr schön. Ich habe mich auch durch verschiedene Gesichtswasser von, ähm, von Daltone auch schon durchgetestet. Ich glaube, ich bin wirklich vor allem bei diesem Hautberuhigenden. Also ich glaube, das wäre auch so meins. Die haben ja auch noch so Anti-Aging und Clear Skin und Tasse nicht gesehen. Ich glaube, Sensitive Skin und Hautberuhigend ist für mich persönlich am besten, weil ich verwende auch einen Toner eben so, dass ich den halt nach, also sollte man ja nach Reinigung, macht man sich das auf die Haut entsprechend drauf, bevor man so Serum und Creme und sowas, äh, ja, sowas aufträgt. Ich habe hier noch irgendwas an den Händen, das verreibe ich einfach mal. Ähm, und da kommt es halt ganz gut, wenn die Haut beruhigt wird, weil ich halt eine super sensible Haut habe. Und, ähm, ein Toner soll im Prinzip bei mir auch die Haut vor allem beruhigen. Und, ähm, das macht der halt sehr, sehr gut, ne? Und der ist sehr mild. Also da habe ich überhaupt keine Irritation oder sowas bemerkt oder so. Von Corinne habe ich hier von Kneipp das verwöhnende Creme-Öl-Peeling in diesem Sachet gehabt. Da haben wir gleich noch ein paar mehr von. Ähm, denn ich habe echt wundervolle Zuschauerpost bekommen. Und ihr wisst, dass ich das großartig finde. Das ist so eins der Peelings. Nein, ich würde tatsächlich sagen, das ist, also dieses, ähm, Creme-Öl-Peeling von Kneipp ist mein Lieblings-Peeling aus der Drogerie. Da muss man jetzt im Sommer ein bisschen aufpassen, weil du hast hier wirklich sehr, sehr viel von diesem Öl-Anteil mit dabei. Das heißt, dieses Sachet würde ich mir persönlich eher so auf zwei Anwendungen aufteilen. Weil ansonsten könnte es sein, dass man halt zu sehr dieses ölige Gefühl, wenn man aus der Dusche raus hat, hat. Oder man macht es so, gut, im Sommer geht man jetzt nicht so viel in der Badewanne. Aber wenn man jetzt theoretisch das in der Badewanne anwendet, das ist ein Traum, muss ich wirklich sagen. Und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also vielen, vielen Dank, liebe Corinne. Da habe ich hier auch nochmal von der lieben Janine das wundervolle Peeling gehabt. Familie und Argan, das ist wirklich auch ein Peeling. Also es ist in dem Sinne ja ein mechanisches Peeling, aber du hast da Zucker, glaube ich, mit dabei, ne? Ja, Zucker-Peeling. Und ich mag halt am liebsten, wenn man bei Peelings entweder Zucker oder Salz mit dabei hat, weil das schrubbelt auch so schön. Das heißt, da kann ich halt an meinem Körper, also da vertrage ich sehr, sehr gut mechanische Peelings und im Gesicht verwende ich halt so eher Enzym-Peelings oder halt in der kälteren Jahreszeit, wenn die Sonne nicht so krass abgeht, halt so chemische Peelings. Ja, genau. Dann hat Julius noch was aufgebraucht. Das ist unser anderthalbjähriger Sohn. Und zwar ist das hier von HIP, die Milk Lotion Sensitive. Die war ganz okay. Also jetzt für den Sommer, glaube ich, kam die auch ganz gut. Ja, ne? Aber ja, also ich habe jetzt sonst auch ganz gerne die von Baby Love. Doch, Baby Love ist das, ne? Diesen kleinen Tiegel, die findet ihr auch total super, weil ihr das Pötchen gefeiert, wenn es leer ist, ne? Und ich finde, dass die halt nochmal ein bisschen mehr pflegt als die hier von HIP. Aber beide finde ich sehr schön. Also das hat ganz gut funktioniert. Komm, da bin ich jetzt bei meinen Männern, da gehe ich auch kurz zu meinem Freund. Also ich habe so ab und an, wenn ich irgendwo leere Produkte gefunden habe, ne? Da mache ich das immer so, dass ich die dann auch irgendwie mit abgreife. Und dann habe ich letztens aus der Dusche die Sachen rausgeräumt, weil wir halt die Dusche sauber gemacht haben. Und ja, dann hatte ich halt ein leeres Duschgel endlich mal in meinen Händen. Yay! Barbourman war mal irgendwo in der Box oder so mit dabei. Wird mein Freund sich nie so kaufen. Vitalizing Hair and Body Shampoo. Ich habe ihn gefragt, wie er es fand. Er sagte, ja, war ganz gut. Kann man gut machen. Er ist halt genauso wie viele Menschen um mich herum ein waschechter Westfaler. Also wenn man sagt, ja, ist gut, kann man gut gebrauchen, heißt das eigentlich, wenn man so in anderen Regionen in Deutschland unterwegs wäre, oh mein Gott, das war so mega, mega, mega geil. Ja, hier ist halt tatsächlich manchmal, also man spricht hier manchmal etwas andere Sprachen. Und wenn man dann hier zu Besuch ist oder, keine Ahnung, das so nicht kennt, dieses Gemüt, dann denkt man sich auch, die Leute haben keine Emotionen. Aber sie haben sie, unterschwellig. Ich bin auch eine ganz untypische Westfale. So, dann habe ich hier auch ein bisschen Gesichtspflege aufgebraucht von Balea. Da bin ich nämlich auch mit dabei, dass ich Isana und Balea jetzt so langsam auch austeste. Genau, da habe ich jetzt schon ein paar Balea-Produkte in Anwendung. Einmal dieses hier, Ultrasensitive Intensiv Serum, siebenfach Hyaluronsäure mit Q10 und Ectoin. Ups, das war ein Haar, das habe ich so abends verwendet. Das wäre mir am Morgen auch gut gegangen, muss ich sagen. Ja, also das funktionierte eigentlich auch ganz gut. Aber ich glaube, es hat mit irgendwas anderem nicht zusammen funktioniert, als ich angefangen habe, das zu verwenden. Ich glaube, mit der Gesichtscreme, die ich zu dem Zeitpunkt verwendet habe, die haben sich quasi gegenseitig abgerollt. Weil das muss man manchmal gucken, wenn das eine so auf Ölbasis oder Silikonbasis ist und das andere auf Wasserbasis, dann will das manchmal nicht miteinander funktionieren. Manchmal geht es, manchmal nicht, kommt auch immer auf den pH-Wert der Haut an und auf das, wie auch immer, teilweise Hauttemperatur. Es ist verrückt, Leute. Hautpflege ist echt so ein Thema. Aber ich liebe es. Auf jeden Fall habe ich das dann abends verwendet und ich mochte das sehr, sehr gerne. Hyaluronsäure ist halt etwas, was in die Haut tiefer eindringt. Und gerade diese siebenfach Hyaluronsäure bedeutet in dem Sinne, dass man da dann auch entsprechend verschiedene Größen von Hyaluronsäure hat. Also von dem Produkt oder von dem Wirkstoff. Und dann kann das halt in die unterschiedlichen Hautschichten noch eindringen. Also ich hätte nicht gedacht, dass es auch siebenfach was gibt, aber egal. Und dann ist da noch Q10 mit dabei. Das kommuniziert mit dem hauteigenen Q10. Also im Prinzip ist das hier das Coenzym Q10 hier drin, um dann halt die Zellregeneration anzuregen und da halt ein bisschen mehr für Zellstoffwechsel zu sorgen. Finde ich ganz cool. Also mir hat es gefallen. Ja, war auf jeden Fall ein gutes Basic-Serum. Ich habe mir das abends dann halt auch ganz gerne kombiniert, zum Beispiel mit einem Niacinamid-Serum oder so. Wenn ich da halt einfach nochmal mehr, mehr, mehr haben wollte. Aber an und für sich. Also ich mochte das. Ich habe es auch, wie gesagt, gerne verwendet, aufgebraucht. Airless-Container, glaube ich. Weiß ich nicht. Sieht man hier auch nicht. Aber, ne, war halt dann irgendwann leer und ich glaube, ich habe da auch alles rausgekriegt. Fühlt sich leer an. Genau. Dann habe ich hier von Dalton noch Augenpads aufgebraucht. Ich liebe die Teile. Das kann man immer wieder nur sagen. Die sind auch meistens in diesen Status-Sets mit dabei, ne. Oder bestellt sie einfach mit dazu, Leute. Ich kann sie nur empfehlen. Es ist so. Das sind die Lifting-Augenpads von Dalton. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr die dann in Anwendung nehmt. Wenn ihr die halt rausnehmt, sind die jetzt nicht so triefend nass, wie man das normalerweise kennt. Aber das heißt nicht, dass die keinen Effekt haben. Ganz im Gegenteil. Also, die bleiben halt wirklich an Ort und Stelle. Und wenn ich halt, also jetzt so in letzter Zeit habe ich zum Beispiel super wenig geschlafen. Weil Julius hat eine Schlafregression. Jetzt mittlerweile, ich glaube, war Holz. Wo ist Holz? Da ist Holz. Nicht mehr so wirklich, ne. Aber, ja. Das waren halt sehr kurze, sehr wilde Nächte, die wir hatten. Und, ja, dann hatte ich halt auch irgendwie mir super aufwendige Videos vorgenommen. Und dann war ich irgendwie total durch. Und morgens habe ich ins Spiel geguckt und mir gedacht, oh mein Gott. Wer ist diese Person? Und, ja, dann habe ich mir die halt drauf gemacht. Ich verwende jeden Morgen Augenpads, weil ich jeden Morgen auch zum Beispiel eine Creme-Maske während des Zähneputzens einfach einwirken lasse. Ist eigentlich ein ganz easy Zwischendurchschritt. Und, ähm, die haben echt geholfen. Also, das sind so kleine Bügeleisen. Das hält natürlich jetzt nur für den Moment, sag ich mal. Oder so für ein, zwei Tage oder für den Tag selber. Je nachdem, wie man halt so, ne, wie lange man sie einwirken lässt. Und wie das halt so generell funktioniert mit einem und so. Ähm, bei mir hält es meistens so zwei Tage an, der Effekt. Und, ähm, ja, da habe ich halt so einen leichten Lifting-Effekt. Und das tut mir einfach gut. Und ich verwende die halt, wie gesagt, dann, wenn ich irgendwelche Sachen habe. Sei es ein Videodreh, sei es ein Event. Da hatte ich ja auch schon das ein oder andere. Und demnächst werde ich auch wieder ein paar haben. Ich freue mich mega. Und, ähm, ja, wo man halt einfach irgendwie, keine Ahnung, sich nochmal so ein bisschen aufpimpen möchte, ne. Also, dafür nehme ich die ganz gerne. Von der lieben Melli habe ich den Pro Collagen Energizing Marine Cleanser aufgebraucht. Beziehungsweise, da war ich nicht alleine mit. Denn ich war auf einem Mädels-Trip, äh, 90er-Party in Oberhausen. Und da hatte ich zwei Stück von denen mit. Einen davon hat meine Freundin Maddi mitgenommen nach Hause. Und einen, äh, habe ich dann quasi dort angefangen, mit meinen Mädels aufzubrauchen. Weil ich habe halt so alles Mögliche an Beauty-Sachen mitgebracht, ne. Und, ähm, ja, habe ich dann zu Hause zu Ende aufgebraucht. Ich finde den sehr, sehr angenehm, weil er sehr mild ist. Also, das ist jetzt nicht so ein Reinigungsprodukt, was hier in den Augen oder auf der Haut brennt. Ich finde, die Haut fühlt sich danach richtig gut an. Und überhaupt nicht so quietschsauber, ne. Weil quietschsauber kann ich mit meiner sensiblen, trockenen Haut einfach nicht gebrauchen. Und ich mag den, tatsächlich. Also, ich freue mich immer, wenn ich den in den Boxen drin habe. Der ist immer wieder gerne in reger Anwendung. Genauso wie der, ähm, äh, der erste Schritt vom Double Cleansing. Das ist ja quasi der zweite Schritt, ne. Wenn ich jetzt so diese Reinigungsbalsame habe von Elemis. Die mag ich auch richtig gerne. Habe ich auch aktuell unten in Anwendung. Alter, ja. Das war abgefahren. Ähm, auch das ein Produkt, was ich, ähm, bei meinem Mädels-Trip, diese kleinen Dinge halt, ne, angefangen habe zu verwenden. Und, ähm, ja, das ist von Cislea Lintegral Anti-Age. Fünf Milliliter. Leute, das ist so ein winzig kleines Tiegelchen. Bitte nicht erschrecken. Ich blende euch jetzt mal ein, was seine Originalgröße von kostet. Ich bin hinten übergefallen, weil ich hatte eigentlich, also, ich habe dort, als ich da, äh, auf diesem 90er-Party-Gedünsten war, ne, haben wir alle nicht damit gerechnet, dass es so heiß wird. Das heißt, ich habe vergessen, eine Kopfbedeckung zu tragen und ich habe auch während des Events vergessen, meinen Rücken nochmal nachzucremen. Habe mir dann dementsprechend sowohl auf dem Kopf als auch auf dem Rücken einen dicken, fetten Sonnenbrand zugezogen. Am nächsten Morgen habe ich dann gedacht, okay, und auch am Abend, als wir uns dann geduscht haben und so, okay, du willst jetzt irgendwas mit Panthenol, Glycerin, Aloe Vera oder so drauf machen, um das Ganze mal zu beruhigen. Habe dann geguckt, was habe ich mit und was sind da so für Inhaltsstoffe drin, weil hier steht ja nichts drauf. Und als ich das dann gegoogelt habe und gesehen habe, was dieses Ding kostet, habe ich mir gedacht, okay, nein, das packe ich mir definitiv nicht auf den Rücken, weil ich will keine, keine Ahnung, 50 Euro mir auf den Rücken schmieren. Alter Schwede, ey. Aber, und das tut tatsächlich auch ein bisschen im Goldbeutel weh, ne, aber die war irre gut. Die war richtig, richtig geil. Das hat mit jedem danach folgenden Sonnenschutz, den ich getestet habe, funktioniert. Das hat super auch mit jedem Serum, was ich damit verwendet habe, funktioniert. Konnte ich morgens verwenden, konnte ich abends verwenden. War nicht zu speckig, war aber auch nicht zu wenig reichhaltig. Wisst ihr, was ich meine? Genau, perfekt. Und dann guckt man sich den Preis an und denkt sich, nein, nein, da bin ich einfach raus. Und an dieser Stelle bin ich raus. Wo ich niemals raus bin, ist hier von DM Don't Do Dance Sensitive Intensivschutz. Das ist meine Mundspülung. Verwende ich mindestens einmal täglich, meistens mehrmals täglich. Ich finde die super. Also ich verwende jeden Tag Zahnseide, ich verwende jeden Tag Mundspülung. Ich achte auf eine vernünftige Mundhygiene, gehe immer mal wieder zum Zahnarzt, auch immer schön zu professionellen Zahnreinigungen. Da steht jetzt bald auch schon wieder ein Termin vor der Tür. Und ich liebe es. Also ich werde häufig gefragt, wie ich trotz meines Rauchens solche Zähne haben kann. Das liegt ganz einfach a an meinen Genen und b an meiner Mundhygiene und an den Zahnarztbesuchen, die ich nun mal habe. Also vielen Dank an meine Eltern an dieser Stelle und an meinen Zahnarzt, der das immer so vernünftig sauber macht, sage ich mal. Ich mache es aber jeden Tag auch selber, aber egal. Auf jeden Fall finde ich das tatsächlich auch großartig, kann das empfehlen. Und ich bin halt von Kopf bis Fuß, von außen nach innen total sensibel. Und dementsprechend muss es hier auch ein Sensitive Produkt sein. Dann haben wir hier noch etwas von Rituals, The Ritual of Sakura, der Conditioner Volume and Nutrition. Auch den habe ich dann auf dem 90er Event da angefangen und habe den zu Hause aufgebraucht. Fand ich ganz schön. Also ich mochte den Duft auch wohl. Ich bin ja schon ein Fan von Ritual of Sakura. Und hier fand ich auch die Wirkung sehr schön. Also ich fand es, fand, ich würde es tatsächlich von der Pflegewirkung, ja sie stöhnt hier rum, ne, würde ich das vergleichen mit L'Oreal zum Beispiel. Also die haben ja auch durchaus sehr, sehr schöne Produkte bei sich. Zum Beispiel dieses Elvita Dreamlinks oder so, ne. Das würde ich damit auf jeden Fall auf eine Stufe stellen, ne. Das ist jetzt nicht High-End, das ist aber auch nicht super günstig, Drogerie, günstig in Anführungsstrichen. Und hat ganz gut bei mir funktioniert. Dann habe ich dekorative Kosmetik aufgebraucht. In meinem Project Pen habt ihr das vielleicht auch schon gesehen. Von Natascha Denona, der Face Glow Primer, die Hydrating Under Base, yo. Das ist dieses Pöttchen gewesen. Fand ich schön, aber ich habe es einfach vergessen. Also ich habe es mir irgendwann damals gekauft und ich habe vergessen, dass ich dieses Produkt besitze. Und habe dann einfach nicht mehr so viel danach gegriffen. Wahrscheinlich, weil es halt ein Tiegel ist, das in den Aufbewahrungen immer weit nach hinten gerutscht war, ne. Und wo ich das jetzt im Project Pen hatte, habe ich mir gedacht, boah, wie cool ist das denn? Ja, also zu kaufen gibt es das, glaube ich, so nicht mehr. Aber ich mochte es sehr gerne. Ich habe es gefeiert und, ja, ne. Also hat halt wirklich auch mit jeder Foundation ganz gut funktioniert. Und war ein richtig toller Primer. Also Glow, weiß ich nicht. Hat bei mir jetzt nicht irgendwie Glow verursacht. Aber es hat auf jeden Fall eine hydratisierte und gesunde Haut gemacht, ne. Und ich bin jetzt persönlich auch ein bisschen dazu übergegangen, dass wenn ich jetzt auch demnächst mal so mir Primer kaufe, dass ich eher weniger mir diese klassischen Hydrating Primer hole. Weil da habe ich ja vernünftige Hautpflege. Zum Beispiel die von Dalton läuft. Ähm, aber halt, wenn ich, also das, was ich halt gerne haben möchte, ist halt Glow. Also dann hole ich mir halt so Glowy Primer. Gibt es ja auch die Nabla-Geschichte und so, ne. LH Cosmetics hat sowas auch. Gibt es auch von Catrice und Co. Also von daher werde ich da definitiv glücklich gemacht. Ja, oh, das hat mich auch glücklich gemacht. Das war in der Beauty.at-Box, habe ich direkt in Anwendung genommen. Denn ich liebe diesen Duft Parfum de Mali. Das ist das Delina und da hatten wir eine Body Cream drin mit 50ml. Alter Schwede, war das ein Luxury-Moment, als ich das verwendet habe, ne. Pflege war okay. Also es hat nicht geweißelt. Es war nicht jetzt irgendwie, dass es schlecht eingezogen ist. Es hat auch eine gute Pflege gegeben, ne. Aber vor allem der Duft hat mich hier umgehauen. Auch wenn dieser Duft nicht super krass langanhaltend war. Also der war halt wirklich, weiß ich nicht, nach ein paar Stunden dann halt auch einfach weg, ne. Also ich habe mich dann abends geduscht. So um 12, 1 oder so mache ich das meistens. Jetzt gerade drehe ich ja auch um 22.11 Uhr. Und dann setze ich mich meistens noch irgendwie am PC danach oder an, weiß ich nicht, keine Ahnung, mache irgendwas, gucke einen Film oder so. Und als ich dann halt ins Bett gegangen bin, hat man den Duft nicht mehr so wirklich wahrgenommen. Und das ist natürlich schade, weil wenn man sich den jetzt theoretisch groß kaufen würde oder wenn man da ein Geschenkset von bekommen würde, freut man sich ja eigentlich darauf, dass man dann vielleicht das auch über Tag verwenden kann und dann auf den sackenteuren Duft vielleicht in dem Moment verzichten könnte. Leider nein, leider gar nicht. Naja, ich habe mich trotzdem gefühlt wie eine Königin, als ich den verwendet habe, weil ich glaube, allein dieses kleine Moped hat einen Preis von 25 Tacken oder so. Egal, auch das muss manchmal sein. Das kommt aus einer Kooperation und zwar hatte ich da mit Purish zusammen und Skintegra eine Kooperation. Aber auch die Produkte habe ich auf meiner Collection-Site setzen lassen, sodass ihr die natürlich auch weiterhin günstiger bekommen könnt. Denn ich mag dieses Produkt richtig, richtig gerne. Das ist nämlich der Skintegra Amphibien Cleanser Calming Hydrating pH Balance 5,5. Ja, ist einfach ein wirklich sehr sanfter Reiniger, der, wie hier drauf steht, mit Aminosäuren was macht und so weiter. Also ich mag die Produkte von Skintegra, die sind alle sehr sehr basic von ihrer Wirkungsweise her, aber ich finde einfach, dass sie auch sehr mild sind und dementsprechend dann auch an Tagen, wo meine Haut vielleicht ein bisschen crazy unterwegs ist, Periode oder wenn ich meinen Eisprung habe oder so, ne. Da kann ich die verwenden, ohne irgendwie Angst zu haben, dass ich am nächsten Tag aussehe wie ein Streuselkuchen. Also richtig gute Produkte, die ich euch wirklich empfehlen kann, wenn ihr sehr sensible Haut habt, weil die sehr sehr schön formuliert sind, sehr mild formuliert auch, ne. Jo, nochmal das Kneipp verwöhnende Creme-Öl-Peeling habe ich hier von Janine aufgebraucht. Da wurde ich echt reich von beschenkt und da war ich echt, also ich bin nach wie vor total baff, was ich teilweise da an Geschichten bekommen habe. Also das ist unglaublich. Dann habe ich hier von Denkmit Duftstyle, sanfte Noten von Kaktuswasser und Orange. Das habe ich hier oben aufgebraucht, deswegen ist es hier jetzt auch im Aufgebraucht-Video. Benutze ich halt immer mal wieder, wenn ich hier mal eben über den Tisch wische oder mir irgendwas runterfällt und ich dann versuche, den Teppich zu reinigen und das eigentlich nur noch verschlimmen besser. Läuft und ja, oder zum Swatches entfernen tatsächlich auch. Also weil ich, ne, nehme halt das, was ich kriegen kann. Ich hole mir jetzt, also ich habe zwar jetzt auch hier Abschminktücher, dass wenn ich hier wieder Swatches mache und so, die ich euch ja auch zuhauf einblende, dass man die auch vernünftig abkriegt. Weil wenn du davon jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, dir fünfmal irgendwelche Swatches auf den Arm machst und das immer fünfmal entfernt, dann ist der Arm danach wahrscheinlich knallerot, wenn man halt so eine sensible Haut hat wie ich, ne. Aber ja, also sie erfüllen halt ihren Zweck, die reinigen halt. Also ich finde die vollkommen in Ordnung. Dann habe ich hier noch was aufgebraucht und zwar, also wir sind jetzt im Sommer, da möchten wir vielleicht auch einfach mal zwischendurch so ein bisschen einfach was Feuchtigkeitsspendendes haben und vielleicht auch ein pinkes Gesicht bekommen. Da kommt hier von Dalton die Pink Splash Moisturizing Maske ganz gut. Also hier hast du halt wirklich eine Maske, die du auch einmal verwenden kannst und die eine schöne Tuchmaske ist, die auch richtig toll auf deinem Gesicht sitzt und wundervoll sich anschmiegt und dir einfach eine schöne Feuchtigkeit gibt. Ich kann sie halt vor allem empfehlen, abends zu verwenden, weil ich habe die jetzt schon ein paar Mal versucht mit Make-up zu kombinieren, also quasi morgens anzuwenden. Das funktioniert nicht so gut. Also als Primer ist die für mich persönlich nicht ganz so gut geeignet. Ich meine auch, dass Melly das ähnlich auch mal erzählt hatte in einem ihrer Videos. Also du kriegst hier auf jeden Fall Feuchtigkeit mit. Wenn du dann wirklich mal so ein bisschen auch Feuchtigkeit und Glättung haben möchtest, dann kannst du mal eine Lieblingsmaske vielleicht einmal verwenden. Die kann man aber bis zu dreimal verwenden und dann hast du hier auch noch die Augengeschichten dran, die du dir auch noch abschneiden kannst für den nächsten Tag. Und das ganze Ding ist auch in so Netzfliesen eingepackt. Die kannst du dir jetzt im Sommer super Hals oder Dekolleté oder auf den Rücken zum Beispiel packen. Nun, genug der Laberei Hydrolift Express Maske. Ich finde sie fantastisch. Hier hast du halt sowohl die Feuchtigkeit als auch den Lifting-Effekt mit dabei. Das ist meine absolute Lieblings-Daltun-Maske. Jo, dann machen wir hier mal weiter. Da habe ich eine Lippenmaske von Rodial aufgebraucht. Regans Blood Lip Mask Hydrate & Tone. Oh, von Karin habe ich die bekommen, glaube ich. Ich kann es nicht mehr so gut lesen. Ich habe es mir intelligenterweise mit Edding drauf geschrieben. Und das klebt jetzt hier drauf. Toll. Ja, ich fand die top. Also für mich persönlich sind Lippenmasken eigentlich eher so eine Sache, braucht man die, man weiß es nicht. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel so Lip Swatches mache, was ich ja letztens auch mit super bunten Lippenstiften gemacht habe. Oder generell einfach so viele verschiedene Produkte oder viel Rede oder keine Ahnung, es ist trocken draußen, drin, um mich herum. Die kommen dann wirklich ganz gut. Natürlich kannst du dir genauso gut ziemlich dick einfach Lippenbalsam oder sowas drauf machen. Das muss jetzt nicht unbedingt sowas sein. Aber wenn ich die halt irgendwo in der Box drin habe, wenn ich die in Trashy drin habe oder so, dann nehme ich mir die raus und verwende die. Das ist kein Problem. Und dann kommen wir jetzt hier auch nochmal zu Isana. Da habe ich die Tuchmaske hydratisierend und beruhigend mit Duo Hyaluron und Panthenol. Be different. Das ist einfach mit Dumbo. Das ist süß, ne? Die habe ich von Karin bekommen. Ich fand die feuchtigkeitsspendend und beruhigend. Zieht sehr schnell ein. Und ich fand die gut. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Corinne. Ich glaube, ich habe die nochmal von Janine bekommen. Dann müsste die nach unten sein. Guck mal, die Augenpads von Dalton habe ich hier nochmal im alten Format aufgebraucht. Also im alten Format, in der alten Verpackung. Jetzt mittlerweile sind die nämlich irgendwie recycelbar oder recycelt. Das Sashay wird recycelt und die Augenpads können in den Kompost. Genau so war das. Und ja, das ist die neue Verpackung. Die habe ich jetzt auch nochmal aufgebraucht. Wie gesagt, sehr kurze Nächte. Auch auf meinem Mädels-Trip habe ich dann hier von Urban Decay den All Nighter aufgebraucht. Das war jetzt in so einer kleinen Größe. Den habe ich eigentlich immer wieder neu befüllt. Da habe ich eigentlich den All Nighter hier bei mir hinter in meiner Sammlung drin gehabt. Und immer, wenn ich auf Reisen war, habe ich den neu befüllt. Letztens in der Look Fantastic Beauty Box oder in irgendeiner Limited Edition. Ich glaube, das war die Sommer LE oder so. Da könnt ihr übrigens auch mit Claudi Welt immer den maximalen Rabatt bekommen. Und der Code ist nur für euch. Wenn ihr über die Links in der Infobox gehen würdet, sind die Affiliated. Also da würdet ihr mich quasi mit supporten. Auf jeden Fall war da auch eine 15ml Variante drin. Das heißt, da habe ich jetzt wieder nach Jahren eine neue Umverpackung, die ich verwenden kann. Ne, finde ich aber ganz cool. Und ja, der ist jetzt aufgebraucht mit seinen, wie oft auch immer ich den schon befüllt habe. Das ist echt unglaublich. Dann habe ich hier noch von InnoVet Monoi Coco Milk Le Corp Scented Body Milk. Jo, die war ganz schön, ne. Das war einfach eine ganz leichte Body Milk. Die war halt auch relativ schnell aufgebraucht. Ist ja auch nicht so viel drin mit 50ml. War in der Box drin enthalten. Ich mag den Duft, diesen Monoi irgendwas. Das ist schon schön, ne. Ja, dann habe ich hier von Marion ein Körperpeeling bekommen. Oh mein Gott, das fand ich so geil. Das ist das Sugar Scrub Appleberry. Also Apfelbeere, dann in dem Sinne. Von Sensi. Oh mein Gott, das fand ich so angenehm. Also wirklich, wirklich oh mein Gott, ne. Also der Duft war schön. Die Peeling-Wirkung war so angenehm und einfach toll auf der Haut. Du hattest nachher nicht diesen Ölfilm oder sonst irgendwas. Das hat sich echt gut angefühlt. Also vielen, vielen Dank, Marion. Damit hast du echt mir ein paar schöne Abende bereitet. Wenn man das so sagen kann. Auch von Skinteger habe ich hier die Swing's Repair Eye Cream aufgebraucht. Die fand ich auch sehr angenehm. Würde ich vor allem aber abends empfehlen. Ja, also morgens musste ich dann immer so ein bisschen aufpassen, ob die da mit dem Lichtschutzfaktor krümmelt oder eben nicht. Das ist halt je nachdem, wie reichhaltig sowas halt ist. Und die ist relativ reichhaltig. Also schön fand ich die auf jeden Fall. Und auch sehr angenehm mild. Ja, dann habe ich noch einen Nagelfeiler aufgebraucht. Und ja, das ist von Essence, die Studio Nails 6 in 1 Buffer Pfeile. Und ich glaube, dass ich mir damit auch ein bisschen die Nägel versaut habe. Denn das habe ich halt verwendet, wenn ich jetzt so ganz normal meine Nägel auch lackiert habe. Dass ich vorher halt ein Handpeeling... Nein, ich habe meine Nägel ablackiert. Dann habe ich sie gekürzt, genau. Und dann bin ich hier mit der Pfeile entsprechend drüber gegangen. Und habe dann auch diese Smooth Polish und Adjust und Clean und so weiter Geschichte. Die habe ich halt auch auf meinem Nagelbett verwendet. Und es wurde und wurde einfach immer nicht besser, dass immer wieder meine Nägel auch eingerissen sind. Ich weiß nicht, ob das am Stress lag, ob das an meiner Ernährung lag oder so. Auf jeden Fall hat die daran auch nichts Besseres gemacht. Also ich hatte mir das echt gehofft, dass die einfach hilft. Aber das hat sie leider nicht. Dann habe ich mir letztens im Rossmann gekauft. Der ist jetzt nicht aufgebraucht. Den habe ich gestern einfach unter meine Dusche gestellt. Der Estrid Rasierer. Den hatte mir Melli empfohlen, als wir in Malaga waren. Auf Malaga waren. In Malaga waren. Auf. 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 Ja. Kreta. Wir waren auf Kreta, glaube ich. Als wir auf Kreta waren. Genau. Da musste ich kurz selber nochmal nachdenken, wo wir eigentlich waren. Schön. Wenn man so großartige Menschen dabei hat, dann vergisst man alles um sich herum. Auf jeden Fall finde ich den schön. Der liegt wirklich toll in der Hand. Ich habe den jetzt in einer anderen Wandhalterung einfach bei mir reingemacht. Also die habe ich sowieso schon ewig. Und ich versuche jetzt auch mal zu gucken, ob Frauenrasierer es vielleicht doch drauf haben. Denn der, den ich jetzt letztens aussortiert habe, hat es nicht drauf gehabt. Der hier hat jetzt eigentlich ganz gut rasiert. Also ich war erstaunt, wie gut der meine Bikini-Zone rasiert hat, um das mal so zu sagen. Also der ist abgegangen wie ein Zäpfchen. Nicht gut in das, nein, in dem Kontext sollte man das so nicht sagen. Aber der hat halt sehr gut funktioniert so. Und unter meinen Achseln habe ich leider schon eine kleine Aua-Party, weil ich da tatsächlich mit dem alten Rasierer mich nicht so gut, also ich habe mich da etwas verletzt, um das mal so zu sagen. Naja, mal gucken. Der Estrit hat jetzt seine Chance und kann zeigen, was er kann. Ja, dann habe ich hier ein, ein, irgendwas, es ist immer irgendwas ausgelaufen, von Jeanette Len ohne Gedöns Leaf in Aufbauspray mit Keratin. Das mochte ich. Das war in irgendeinem Adventskalender drin. Das kann man sich auf jeden Fall anschauen. Das habe ich mir abends nach dem Haare waschen so in die Länge und Spitzen reingegeben. Das hat meinen Haaren ganz gut gefallen. Und, ja, auf jeden Fall ein Produkt, das, wenn man es zu Hause hat, man es auf jeden Fall verwenden sollte. Auch von Balea. Also, weil eben auch was von Balea hier mit dabei war. Beauty-Kollagen-Hals- und Dekolleté-Pflege. Das ist halt eigentlich nur so ein Reminder-Produkt. Eigentlich braucht man sowas nicht. Eigentlich sollte man einfach seine generelle Gesichtscreme auf Hals- und Dekolleté runterziehen. Aber, das habe ich letztens auch kommentiert bekommen und das hat tatsächlich auch vollkommen gestimmt, manchmal will man das gar nicht komplett runterziehen, weil die Gesichtscreme halt doch etwas teurer ist und man das halt nicht auf Hals- und Dekolleté geben möchte. Deswegen ist zum Beispiel auch ganz sinnvoll, dass die Hals- und Dekolleté-Creme von Dalton größer ist und in Relation zu den Gesichtscremes dann doch auch günstiger. Auch darauf könnt ihr übrigens sparen. Naja, auf jeden Fall war bei dieser Hals- und Dekolleté-Creme die Konsistenz sehr, sehr dick. Und wenn ich mir die abends aufgetragen habe, musste ich mir die morgens halt abwaschen, weil ansonsten, wenn ich dann meine Creme aufgetragen habe und die halt nur so müde mit in Kontakt gekommen ist oder meine Sonnencreme, ui, dann hat das Ganze gekrümelt, ne? Also an morgens auftragen konnte ich hier gar nicht denken. Es war ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen, weil ansonsten war ich ja echt eine gute Pflegewirkung mit dabei. Und weil wir 26 Grad haben, mache ich mir jetzt einfach mal die Haare zusammen. Ich hoffe, dass es okay, dass das Optische jetzt einfach mal so ein bisschen gedämpft wird, um das mal so zu sagen. Und einen Schluck trinken, ne? An dieser Stelle gönnt euch. Aber ich bin nicht so. Ich beschwere mich eigentlich nie darüber, wenn es warm ist. Ich sage auch nicht, es ist zu warm. Ich genieße es. Ich liebe den Sommer. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was für eine Jahreszeit eure Lieblingsjahreszeit ist. Ich stehe total drauf, wenn wir über Tag so 25 Grad haben. Das ist voll mein Ding. Ich liebe es. Okay, dann habe ich hier eine Maske aufgebraucht und zwar von Jepoda. The Timeless Moments Low Aging Sheet Mask with a Peptide and Berry Complex. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die hatte ich einfach noch da gehabt. Weiß ich gar nicht, wo ich die her habe. Oder hatte ich die im Adventskalender? Mochte ich auf jeden Fall. Also ich kannte die ja auch schon vorher und ich mag sie jetzt immer noch sehr gerne und kann sie euch nach wie vor immer wieder empfehlen. Auch wenn ich keine Kooperation habe. Ich setze euch mal von irgendeiner Kollegin, die gerade irgendeinen Code hat oder so, das ist entsprechend in die Infobox. Wenn ihr möchtet, könnt ihr darüber bestellen. Da gibt es mindestens irgendwie 20% oder sowas drauf. Genau. Ja, sehr empfehlenswert. Dann habe ich hier ein Duschgel aufgebraucht von Nao Bay, das Granatapfel-Duschgel. Das fand ich sehr, sehr schade, um das mal so zu sagen. Ich fand den Duft unter der Dusch bei weitem nicht so schön, wie ich mir das gehofft hatte, weil eigentlich ist Granatapfel ja schon ziemlich cool und irgendwie weiß ich nicht. Das war nicht so dieser Wellness-Moment, den ich von diesem Duschgel erwartet habe. Nein, nein, das fand ich schade. Diese Verpackung muss ich aufbewahren, die muss ich morgen meiner Stiefschwiegermama in Spee geben, weil die gesagt hat, sie hätte die gerne für ihre Küche, um da irgendwelche Sachen reinzumachen. Läuft. Von Rituals ist es das Sweet Jasmine Private Collection. Das ist eine Handwaschgeschichte, das ist eine Seife. Und ja, das ist halt hier auch wirklich sehr, sehr praktisch. Also wenn man es halt neu befüllen möchte, ist es auch durchaus möglich. Und ja, ich glaube, sie wollte es auch einfach für Seife nehmen. Und das passt auch ganz gut in die Küche. Und ja, fand ich gut. Hat gut gerochen, hat Spaß gemacht, kann man gut seine Hände mit waschen. Wenn ich das irgendwo drin habe, verwende ich das auch sehr gerne. Aber selber kaufen würde ich mir das jetzt für mich persönlich wahrscheinlich nicht. Nö, werde ich nicht. Aber zum Verschenken würde ich das auf jeden Fall machen. Also wenn es halt so diese Rituals, Geschenksets und so weiter gibt, finde ich immer eine schöne Geschenkidee. Tatsächlich. Und ich freue mich auch immer, wenn ich sowas dann geschenkt bekomme. Wo wir schon mal bei Rituals sind, da habe ich The Ritual of Sakura Shampoo leer gemacht. Also passend zu dem Conditioner. Ja, meine Nase juckt jetzt gerade. Es ist wirklich sehr, sehr warm, aber ich mag es. Nicht beschweren. Äh, genau. Und ja. Und das würde ich halt auch genauso wie den Conditioner hier, ne, auf eine Schiene setzen. Mit dem L'Oreal El Vital zum Beispiel. Und das mag ich ja schon sehr, sehr gerne, ne. Und, ähm, ja, deswegen. Also schöne Shampoo. Aber auch das würde ich mir wahrscheinlich auch nicht selber... Wobei, wenn ich überlege, ich habe mir letztens auch Shampoo und Spülung in einem Set für 50 Euro gekauft selber, ne. Einfach, weil ich den Qualitätsvermutungseffekt hatte. Von vielen gehört habe ich das so richtig geil sein. Es aktuell in Anwendung habe und es auch wirklich geil finde. Das heißt theoretisch... Das ist so crazy, ne. Das würde ich mir nicht für den Preis kaufen. Ja gut, wahrscheinlich, weil ich, wenn ich die Qualität haben möchte, genauso gut das El Vital nehmen könnte, ne. Naja. Dann habe ich hier auch aufgebraucht, da sind wir ja schon mal bei den Haaren, das Revlon Equave. Ähm, ja. Das ist so ein Instant Detailing Conditioner for Sun Exposed Hair. 50 Milliliter. Genau, das habe ich jetzt auch extra verwendet in den Tagen, wo es jetzt mal ein bisschen wärmer war. Ich habe jetzt nicht so die Last damit, wenn meine Haare dann auch wirklich von der Sonne aufgehellt werden, weil ich habe eh naturblonde Haare. Und ich finde es im Sommer immer richtig cool, wenn ich dann auch so ein paar Quasi-Strähnchen bekomme durch die Sonne halt, ne. Ich liebe es total und habe das jetzt nicht so schlimm empfunden. Aber das hilft natürlich auch gegen die Austrocknung, ist klar, ne. Und ich mochte das. Das hat auch wirklich gemacht, dass man die Haare gut durchklemmen konnte und so. Und, ja, schon ein schönes Produkt. Ich würde mir das aber nicht nachkaufen, sondern wenn von Revlon, dann dieses Blaue. Da bin ich halt ein bisschen mehr Fan von. Und, äh, ja, genau. Ich glaube übrigens, mein Freund guckt dieses Video nicht und keiner wird es ihm schicken, ne. Ähm, ich glaube, ich habe damit so ein bisschen unsere Duschwand. Also, wir haben so eine, äh, Walk-In-Dusche quasi. Da ist einfach eine weiße Glasscheibe, äh, ja, so eine normale Glasscheibe, Milchglas, ne. Und, ähm, haben wir halt damals gemacht, weil das tatsächlich günstiger war, als wenn man sich so eine Duschwanne dahingesetzt hätte. Naja, äh, ist auch großartig, ne. Man muss nur aufpassen, weil es ist nachher wirklich alles, es ist wie in der Sauna, es ist alles voller Dampf. Egal. Anderes Thema. Auf jeden Fall, ähm, glaube ich, dass ich damit so ein bisschen diese Duschwand versaut habe. Ich habe jetzt schon mehrfach versucht, diese Flecken wegzukriegen. Ich muss echt mal in der Insta-Story fragen, dass ich da mal irgendwie ein Bild reinsetze und ihr mir helft. Weil ich habe da so Flecken drauf und ich habe keine Ahnung, was das ist. Möglicherweise das. Weiß ich nicht. Ist irgendwie auch gefühlt von beiden Seiten, ne. Ganz komisch. Ganz komisch. Ich habe das versucht mit Make-Up Entferner, vielleicht habe ich auch zu viel versucht. Mit Badreiniger. Ich habe das mit Spüli versucht. Mir fällt nichts mehr ein. Wirklich gar nicht, was ich da jetzt noch machen soll. Also Glasreiniger habe ich auch schon versucht. Hm. Weiß ich nicht. Nun, ich habe eine Mascara aufgebraucht. Und zwar von Huda Beauty, die One-Code Wow Mascara. Die wurde halt irgendwann, also die habe ich auch schon, ich glaube, zwei Jahre. Und dann habe ich sie jetzt einfach aufgebraucht, ne. Ja, sie krümmelt jetzt hier auch gerade auf meinen Tisch. Die hat halt so ein Gummibürstchen. Und das ist sehr, sehr opulent. Und ich habe von vielen gehört, dass sie die furchtbar finden. Ich fand die super. Ja, also für den Hochsommer vielleicht nicht unbedingt geeignet. Weil da könnte doch das ein oder andere smutschen. Jetzt gerade teste ich auch nochmal, ob die Firework jetzt wirklich bei diesen Temperaturen smutscht bis jetzt. Hält sie ganz gut, ne. Auf jeden Fall, die mochte ich sehr gerne. Und die hat bei mir auch wirklich ein krasses Ergebnis gemacht. Ganz am Anfang musste ich die auch manchmal so ein bisschen kombinieren. Und am Ende halt auch. Weil die dann sehr, sehr präsent war. Also sehr klumpig wurde. Und ja, aber an und für sich mochte ich die wirklich gerne leiden. Da haben aber nicht so viele von gesprochen. Also da waren echt nicht viele von begeistert. Habe ich, glaube ich, so mitbekommen, ne. Daran gehen wir jetzt nochmal wieder hin. Da habe ich eine der krassesten, wie soll ich das sagen, Entdeckungen, die ich gemacht habe. Und zwar ist es hier diese Sensitive Care Cream Medium. Gibt es auch nochmal in der Cream Rich Variante. Das ist eigentlich eine Gesichtscreme. Die stand mal irgendwann zufällig auf meinem Zimmer, als wir quasi ein Event hatten. Und ich hatte aber nichts für mein Unterstübchen mit dabei. Ich hatte mich rasiert und mir gedacht, huch, da muss ich aber irgendwas drauf machen. Habe die drauf gemacht und seitdem nie wieder, also doch jetzt gerade verwende ich eine andere, nie wieder was anderes. Ist auch Tinnif, weil ich teste ja so viel. Aber jedes Mal kehre ich halt zu ihr zurück, weil sie so fantastisch ist. Also die verhindert dir wirklich Rasurbrand und so. Also die können die ja auch im Gesicht verwenden. Dafür ist sie ja eigentlich auch gemacht. Aber ihr merkt halt im Unterstübchen, wie großartig sie tatsächlich auch ihre Wirkung hat. Mit dem Panthenol, mit den nicht vorhandenen Duftstoffen und so weiter. Die ist einfach Gold wert. Wirklich. Ja. Und so sackteuer ist die halt wirklich auch nicht, ne. Und dann, ihr könnt die sogar auch in diesem Set bekommen, glaube ich, ne. Ja. In dem Sensitive Set. Mega Empfehlung von meiner Warte. Holt euch das definitiv. Wenn ihr sensible Haut habt, kommt ihr nicht dran vorbei. Wirklich. Ähm, ja. Hier habe ich dann auch nochmal von Kiko diese Pure Clean Wipes aufgebraucht. Schminkt euch bitte nicht mit sowas ab. Was ich damit wegmache, sind Swatches. Sei es, wenn ich halt hier, ne, Lippenswatches mache. Ja, mache ich damit meine Lippen sauber. Aber ich würde halt nicht mein komplettes Gesicht damit abschminken. Sobald meine Tücher auch nur hören, dass ich, ach Quatsch, sobald mein Gesicht auch nur hört, meine Haut auch nur hört, dass ich dieses Tuch verwenden möchte, um mich damit abzuschminken, kriege ich direkt rote Pusteln. Also, nein. Das ist halt zu mechanisch, zu, ähm, zu reibend quasi, ne. Also, das funktioniert einfach bei mir auf der Haut nicht. Da brauche ich eine milde Geschichte und da kommt das Double Cleansing eigentlich sehr, sehr gut. Nun, dann habe ich hier noch zwei Bambis. Und zwar ist es von Isana. Lovely Times. Einmal die Tuchmaske erfrischend und glättend mit Niacinamide und Cupuaccio-Butter, habe ich von Corinne bekommen. Ähm, gut sitzende und pflegende Vanillemilch. Ja, es hat nach Vanillemilch geduftet. Ja, eine schöne Maske kann man sich angucken. Diese Disney-Masken sind eigentlich meistens auch echt gut. Also, das ist sowohl bei Isana als auch bei Lea immer so ein Hit or Mist mit den Tuchmasken und auch mit den Augenpads. Bei den Augenpads kann ich euch nur empfehlen, auch zu fühlen. Wobei, ne, also wenn ihr halt quasi diese dünnen Sachets habt, dann sind diese Augenpads wie die Q10, die so halt auch kleben und von außen dieses Flauschige haben quasi, ne. Und die finde ich persönlich noch ein bisschen besser. Die darfst du dir nicht oder darf ich mir nicht zu nah ans Auge kleben, weil das dann hier in meiner Augenfalte piekst und wehtut. Das mag eben mein Auge nicht, deswegen klebe ich mir die dann halt hier so auf, ne. Aber die machen halt auch wirklich eine gute Wirkung. Die habe ich jetzt von Janine bekommen und die mochte ich. Die waren jetzt mit Aloe, Vera, Aloe und Vitamin E. Wie gesagt, jeden Morgen mache ich mir Augenpads drunter, drauf, drüber, hin und dann halt den Rest des Gesichts mit einer Tuchmaske. Jetzt gerade habe ich von Balea dieses Pöttchen in Anwendung. Und da teste ich mich ja auch immer wieder durch, ne. Charlotte Tilbury ist mir leider eingetrocknet. Die Push-Up Lashes Pillow Talk Mascara habe ich nämlich in Super Black von der lieben Emmy geschenkt gekriegt. Aber die war auch noch original verpackt im Set, aber vielleicht war sie einfach zu lange unterwegs. Ich wollte sie auftragen. Die ist einfach bretthart. Also man sieht es ihr wahrscheinlich auch direkt schon an. Ne, das funktioniert leider nicht. Das ist wirklich schade, weil die Mascara an und für sich ist geil. Die ist wirklich, wirklich sehr empfehlenswert. Die kommt jetzt natürlich nicht zu meiner aufgebrauchten, dekorativen Kosmetik. Das macht ja gar keinen Sinn. Aber ich kann euch ja an dieser Stelle sagen, ich habe die schon ein paar Mal verwendet, also aufgebraucht. Und die ist sehr, sehr gut. Also, ja, sehr empfehlenswert. Manche kommen damit nicht klar, weil das halt wirklich so dieses zusammengeklatschte Bürstchen ist, was dann so ellipsenförmig außen ist, ne. Aber halt zusammengeklatscht, platt, so. Wow. Und ich mag sie aber sehr, sehr gerne. Kann ich euch wirklich wärmsten Herzens empfehlen. Genau, kommt jetzt auf den, ich glaube, Restmüllhaufen, weil da noch so viel Produkt ist, würde ich das eher in Restmüll packen. Dann habe ich hier diese Rosewood Sticks Push & Clean von Essence aufgebraucht. Ja, ich mache ja die Manico-Geschichten, ne. So UV-Nagelfolien. Und da wird ja empfohlen, dass man halt seine Nagelhaut zurückschiebt. Das mache ich ja so ungern. Ich hasse dieses Gefühl, ich mag es gar nicht. Da kriege ich direkt Gänsehaut, wenn ich das machen muss. Und, ja, genau. Das habe ich auf jeden Fall gemacht. Das ist natürlich, witzig, Rosenholz-Sticks aus Birkenholz. Das ist witzig. Okay, ähm, ne, die haben ihren Job gemacht. So kann man sagen. Für eine ganze Weile habe ich die halt nur verwendet, dass wenn ich dann meine Nägel lackiert habe und dann so an die Seite, was reingeflossen ist, dass ich das damit weggemacht habe. Und jetzt musste ich halt tatsächlich damit mal meine Nagelhaut wegschieben. Uh, ich habe mir jetzt mittlerweile aber einen Teil gekauft von Ebelin, ist das glaube ich, ne. So ein Metallding. Und das ist viel, viel angenehmer. So, ja, also dieses mit Holz irgendwie am Körper rumfusseln ist gar nicht mein Fall. So, dann habe ich hier noch eine Zahnpasta. Die habe ich mir von Schatzi gemobst, weil die hat er aufgebraucht. Sensitive Fluorid von Sensodyne. Die hat ihm gut gefallen. Die hat er auch bis aufs letzte Tröpfchen ausgequetscht. Meine Güte, bin ich stolz auf ihn. Das ist wirklich cool. Äh, ja, genau. Also, ja, wir sind beide, was unsere Zähne angeht, auch sehr sensibel. Und deswegen verwenden wir auch gerne sensitive Zahngeschichten. Ähm, dann habe ich hier noch einen Sonnenschutz aufgebraucht. Der war richtig, richtig geil. Den habe ich auch noch mal in groß da. Beauty of Josen. Den Relief Sun Rise and Probiotics SPF 50 PA++++. Richtig geiler Lichtschutzfaktor. Du kannst den so schön viel auftragen, ohne dass er auch nur ein Mühe darüber nachdenken möchte, Würstchen zu machen. Also, den finde ich richtig geil. Ähm, den müsstet ihr auch in der, hier, Pureish Summer Bag bekommen, wo ihr mit Claudies Welt 10, 10% auch noch drauf sparen könnt. Das ist aber tatsächlich eine recht hochpreisige Bag, die aber mit sehr, sehr guten Produkten gefüllt ist, ne. Dazu auch einen Link in der Infobox. Und, ähm, ich mochte halt diesen Lichtschutzfaktor echt gerne. Ich hatte den wirklich lange bei mir hier. Na gut, der wäre jetzt 2026 auch erst abgelaufen. Aber den hatte ich lange in meiner Backup-Kiste liegen. Und jetzt habe ich halt gedacht, okay, nimmst du jetzt mal mit, als wir da auf die 90er-Geschichte gefahren sind. Wow. Direkt mega begeistert. Vor allem, dass ich halt auch, ich musste wirklich gar nicht lange warten, dass er einzieht, ne. Das ist halt auch die Sache gewesen. Ich habe mich ja sehr schnell, nachdem ich mich morgens dann ja auch fertig gemacht habe, geschminkt, ne. Und, ähm, das war quasi mehr oder weniger mein Primer. Und das hat echt gut funktioniert. Dann habe ich hier noch was von Le Dalton. Und zwar Todesmeer Duschgel und Shampoo Mineral Care Mate. Das ist auch eine sehr, sehr geile Reihe. Diese Mineral Care Mate ist halt wirklich auch parfümstofffrei und nochmal pflegender als die Sensitive Care Reihe. Also die Sensitive Care ist halt wirklich sehr, sehr sanft und sehr, sehr vorsichtig. Und die hier gibt halt zusätzlich auch nochmal Bam in Your Face ein bisschen mehr Feuchtigkeit. So würde ich das einfach mal so beschreiben. Und hier haben wir halt auch die Möglichkeit, dieses Duschgel und Shampoo und auch die Body Lotion zum Beispiel drin zu finden. Ähm, mag ich. Wirklich. Also verwende ich zum Beispiel auch gerne, also das habe ich zum Beispiel verwendet, als ich Sonnenbrandaufbau rüber hatte. Ähm, das hat nicht wehgetan. Gott sei Dank. Und, ähm, ja. Ansonsten verwende ich das auch ganz gerne, wenn ich hier so meine Adventskalenderzeit habe und ganz viele Besucher auf meiner Kopfhaut habe oder generell irritierte Kopfhaut. Das hilft mir wirklich sehr, sehr gut. Nichts hilft komplett. Ne, dass gar nichts mehr an Irritation auf meiner Kopfhaut da ist. Das ist dann wahrscheinlich einfach der Stress. Da muss ich damit klarkommen. Aber das mache ich doch gerne. Leute. Das ist, äh, im Prinzip auch so mit einem meiner liebsten Zeiten des Jahres, ne. Eva sieht Fußbarm. Den finde ich ganz furchtbar. Also den habe ich jetzt aufgebraucht. Ich hatte den jetzt nochmal von Nicole bekommen. Ich meine, dass ich den aber schon mal irgendwo hatte. Ich weiß es nicht. Der ist halt, ja, desodoriert. Also der ist halt nicht nur so ein pflegender Fußbalsam, wie ich den jetzt ja auch aktuell in Anwendungen habe und auch sehr, sehr gerne mag. Sondern der hat auch irgendwie, ist das Menthol oder so mit dabei? Ich weiß es nicht. Kampor. Das ist es. Das ist nicht Kampfer. Und ich glaube, Kampfer hat auch dieses, ähm, Belebende. Ne, und das brauche ich nicht unbedingt auf den Füßen haben. Und, äh, ja. Nein. Mag ich nicht. Dann kommen wir nochmal zu Dalton. Ich habe da eine Dalton-Ader entdeckt. Die Hydration Hydro Alge Moisturizer Ocean Elements. Das ist einer der neuen Produkte, die es dort gibt. Das ist die Reihe, die halt extra dafür entwickelt worden ist, für die Einsteiger, sage ich jetzt einfach mal. Wenn du jetzt nicht so eine mega krasse, ähm, Wirkstoffkonzentration in den ganzen Kosmetiker haben möchtest, sondern einfach vorsichtig reingeführt werden möchtest, ist die Ocean Elements-Reihe eine ganz gute Sache. Und, ähm, das ist einfach eine, ähm, ja, sehr feuchtigkeitsspendende Gesichtscreme, die ich morgens verwendet habe. Und auch zum Teil auf meinem Sonnenbrand dann so ein bisschen aufgetragen habe. Das dann aber manchmal tatsächlich auch in Kombination mit einem Ceramid-Serum. Also da musste ich richtig ran, Leute. Ich sage es euch. Ähm, ja. Und da ist halt vor allem das, äh, Glycerin drin, Aloe Vera, ne. Das hilft halt einfach ganz gut. Und, äh, ja. Schönes Produkt. Aber nicht meine liebste Sonnencreme von Dalton. Das ist definitiv die Mineral Care Mate. Die mag ich sehr gerne. Hier war ich ein bisschen enttäuscht von NYXA Sweet Prodigieus Floral. Ich liebe den Duft, ne. Ich war ein bisschen auf der Suche nach einem alternativen Haaröl zu dem, was ich jetzt aktuell habe. Und hatte mich dann so ein bisschen durchgetestet, hab das verwendet und hab dadurch so streinige Haare bekommen. Auch wenn ich nur ein Mühe verwendet hab, Leute. Ich sag's euch. Ähm, ja. Und dann hab ich das halt auf meine Oberschenkel gegeben. Das steht ja drauf für Gesicht, Körper, Haare. Kannst du es nehmen, ne. Und, ähm, an meinen Oberschenkeln war das super. Das hat auch richtig toll geduftet. Da hab ich diesen Floralduft einfach genossen. Und, äh, ja. Dafür mochte ich das. Aber ich würd's halt nicht als Haaröl empfehlen. Das ist jetzt nicht unbedingt so meins gewesen, ne. Dann hab ich hier noch, weil ich doch den ein oder anderen Pickel mal kriege. Oder, wenn ich halt abends merke, okay, da puchert was. Oder da, da wölbt sich was. Oder, ne, es fühlt sich so an, als ob. Dann greife ich zu sowas ganz gerne. Das ist von Daltun die Anti-Birkel-Tuchmaske. Ähm, gegen Hautunreinheiten oder gegen Unreinheiten generell. Und das ist vegan, recycelable und duftstofffrei. Sehr angenehm, sehr hautberuhigend. Und, äh, ja. Wirkt halt auch so ein bisschen entzündungshemmend. Da hilft mir das einfach gut. Ja, also. Ne, ja. Das ist ein ewiger Kampf. Wir haben das halt einfach. Und ich mein, die beiden Freunde, die hab ich auch jetzt relativ in Ruhe gelassen. Die hab ich auch einfach machen lassen. Die haben ihre Party gefeiert, okay. Die haben die Nächte teilweise durchgemacht. Teilweise haben sie noch ein Patch draufgekriegt, dass die nicht allzu lange aufbleiben. Und vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, sich noch zu weit ausbreiten wollen oder so, ne. Das ist so merkwürdig, wenn man das so erklärt. Aber ich, ne, lass meistens halt einfach mein Gesicht machen. Weil ich denk mir, okay, es hat schon irgendwelche Gründe. Hier ist es natürlich immer diese hormonelle Geschichte. Wenn ich meinen Eisprung habe, kriege ich hier halt so Unreinheiten. So um den Mund herum. So ein bisschen Bart Simpson-mäßig. Ne, Huma Simpson, genau. Und, ähm, ja. Also da hab ich meistens meine Unreinheiten. Wenn ich die Sachen auf der linken Gesichtshälfte habe, ist es meistens eher so psychisch, ne. Und auf der rechten Gesichtshälfte ist es meistens eher so körperlich. Ich hab mich da mal so ein bisschen eingelesen. Das ist halt wirklich mit viel dran glauben und dran denken, ne. Und, ähm, ja. Dementsprechend hab ich das so für mich verstanden, dass wenn das so ist, dass es einfach okay ist. Dass ich die in Ruhe lassen muss. Dass ich mir vielleicht einfach unterstützen, diese grüne Maske drauf mache. und, äh, ansonsten einfach Pflege drauf gebe, nicht dabei gehen und abwarte. Das hilft wirklich. Ansonsten kriegst du ganz schön viele Narben. Dann hab ich nochmal von Corinne dieses großartige Peeling bekommen und aufgebraucht. Äh, das Kneipöl-Peeling. Oh, da muss ich gleich nochmal separat hingehen. Ähm, da hab ich nämlich eine Maskenwoche für euch gedreht. Veleda, da hat Julius ein Kinderzahngel aufgebraucht. Also wir haben normalerweise das von Karex, heißt das, glaube ich. Ja, äh, das finden, also ich persönlich find's besser. Das hier ist, glaube ich, eher so vorhanden. Aber es ist, also, ne? Also er lässt sich auch ein bisschen lieber die Zähne damit putzen, wenn das eben nicht dieses hier ist. Aber wir haben's einfach mal ausprobiert. Fand er jetzt nicht so verrauschen. Ist nicht so schlimm. Man hat ja Möglichkeiten, das auch selber aufzubrauchen. Zahnseide-Sticks hab ich von Progodent aufgebraucht. Ich kann euch immer nur empfehlen, wenn ihr euch Zahnseide-Sticks holt, euch die irgendwie im Action oder so zu holen. Weil die da viel, viel günstiger sind. Die sind natürlich auch billiger im Sinne von dieses Zahnband, was da hier zwischen ist, in diesem Stick, ne? Ist natürlich komfortabler. Das reißt nicht so schnell. Das ist ein bisschen dicker. Also, ähm, so platt gedrückt, breiter quasi, ne? Schon irgendwie besser. Aber wenn's halt einfach nur darum geht, dass du ein-, zweimal täglich Zahnseide verwendest, dann muss das eigentlich nicht sowas sein, ne? Also, muss eigentlich nicht. Hier hast du auch einen Zahnstochel mit dabei. Ist ganz süß. Aber für die 30 Stück zahlst du, ich glaube, sogar doppelt so viel, wie wenn du dann im Action die Sachen da holst. Deswegen, ja. Ähm, noch ne... Ja, die war echt blöd. Ähm, noch ne Nagelfeile hab ich aufgebraucht. Im Asamagic Finish. Die hat auf dieser Seite einfach gar keinen Effekt gehabt. Und hier so ganz leicht. Ein Hauch von. Hatte ich in der Wundertüte drin. War nicht so cool. Von Isana hab ich hier Augenpads gemacht. Susi und Strolch. Das waren halt auch diese klassischen Q10-Klebefiecher quasi, ne? Obwohl das gar nicht mit Q10 war, sondern mit Koffein und Hyaluron. Süß, ne? Hab ich von Janine bekommen. Haben sehr, sehr schön einfach meine Augen gemacht. Ja. Mag ich. So. Ein Handpeeling hab ich aufgebraucht. Und zwar Human and Kind. Da hab ich auch schon ein paar von gehabt. Das ist mit Elderflower and Raspberry. Und Timberes ist quasi. Äh, immer wenn ich meine Nägel ablackiert habe, beziehungsweise die Nagelfolien abgemacht habe, mach ich ein Handpeeling, damit ich quasi, also jetzt aktuell die Klebereste runterkriege. Und, ähm, ja, beim Nagelack halt ja nochmal den letzten Rest vom Schützenfest vielleicht oder so, ne? Und, äh, funktioniert immer sehr gut. Ich mag Handpeelings. Jetzt aktuell verwende ich ein Fußpeeling. Also, mir geht's jetzt einfach nur darum, dass ich dann für meine Hände irgendein mechanisches Peeling habe. Und wenn ich dann, wie der Zufall ist will, sowas in der Box drin habe, wird's halt verwendet und aufgebraucht, ne? Hm, das war auch toll. Alien Goddess von Moulin. Hm, ich hab das Parfum, ich mag's sehr gerne. Ich hab die Bodylotion aufgebraucht. Die fand ich sogar besser als die Delina. Weil das hier hat länger gehalten. Ähm, dufttechnisch mag ich diesen Duft auch sehr, sehr gerne. Ich find den Alien Goddess und den Alien Goddess Floral oder so, so geil. Also, das sind zwei so angenehme, empfehlenswerte Düfte. Die könnt ihr euch definitiv mal anschauen. Ich hab euch ein Parfumsammlungsvideo gedreht. Da hab ich ein bisschen mehr dazu erzählen können. Mega. Einfach ne, ne tolle Geschichte. Da hab ich mich echt gefreut, dass ich die hatte. Muss ich wirklich sagen. Hab ich mir für, für gut aufgehoben und hab ich dann jetzt letztens mal verwendet. Einfach, weil ich das Bedürfnis danach hatte. Hier haben wir sie. Die Balea Q10 an die Faltenaugenpads, ne? Die mag ich. Also, wirklich, wenn man die halt so... Und die find ich auch besser. Also, ich find die besser als die von Juti. Ich find die besser als die von Shams. Ich find die auch besser... Also, das sind so im Prinzip die besten, die man in der Drogerie bekommt. Meiner Meinung nach. Wenn man halt darauf steht, dass man sich die so richtig dran klebt. Manche sagen, hä? Sieht man gar keinen Effekt. Ich find schon. Also, ich seh bei mir auf jeden Fall einen belebten Effekt. Und, ähm, jo, messbar. Faltentief, Reduktion. Nein, das... Keine Ahnung. Bestimmt. Bestimmt. Aber ich hab jetzt nicht irgendwie so ein kleines Maßband hier. Ähm, mit natürlichem Q10-Omega-Komplex und Vitamin E. Also, ich finde, sie tun mir einfach gut. Ich bin halt nach wie vor eher bei Dalton, wenn's halt so an diesen krassen Tagen ist. Also, oder an... Wenn meine Augen halt wirklich furchtbar aussehen. Dalton definitiv. Das ist meine Erste-Hilfe-Maßnahme. Die hier sind aber auch echt sehr empfehlenswert. So. Ne? So. Dann hab ich von Mudmaski hier die, ähm, Face Detox Purifying Recovery Mask aufgebraucht. Die hab ich von Delia mal bekommen. Huch! Das war meine Mama. Die hat mir einen Daumen nach oben gegeben auf den, äh, Kommentar, den ich ihr geschrieben hab. Okay. Ähm, reinigt sehr, krümmelt, peelt und stinkt. Hm. Also, hat halt eine gute Reinigungswirkung gegeben. So kann man das sagen. Aber für sensible Haut halt eher weniger geeignet. Ich liebe Mudmaski-Masken. Und das ist die Erste, wo ich sage, nicht so geil. Von Big Care. Das ist von Bipa, die eigene Marke. Hab ich die Glow-Core Vitamin Booster Vitamin B3, B5 und E am Pulle aufgebraucht. Die hatte ich, äh, hab ich die nicht von, ähm, von Caro mal bekommen? Ich glaub schon, ne? Leichter Glow, leichtes Blitzeln, klebt nicht, die Tat insgesamt gut. Manchmal, wenn ich hier diese Reviews drauf schreibe, bin ich auch, glaube ich, noch, äh, da bin ich echt ganz schön müde. Weil hier Vitamin B3 hab ich definitiv abends verwendet, die Niacinamide, ne? Ähm, ja. Dann hab ich hier von Isana die Hydrogel-Augenpads gemacht. Das ist halt hier diese Ariel-Geschichte gewesen. Das meine ich nämlich. Die hier würde ich euch jetzt nicht so empfehlen, zu kaufen. Einfach, weil die sehr rutschen, weil die, ähm, Pflegewirkung jetzt nicht so intensiv ist, wie zum Beispiel bei den Q10-Augenpads oder bei diesen Susi & Streuch. Ne? Bei den anderen halt. So. Das heißt, es ist nicht immer positiv, wenn du super viel Serum drin siehst, wenn man durch die Packung so durchkommen kann. Nur mal so am Rande. So. Äh, hier hab ich euch ein komplettes Video zu abgedreht. Eins, zwei, drei, vier, vier, sechs, sieben Action-Masken hab ich aufgebraucht und hab da allerhand zu erzählt und zu aufgeschrieben. Ne? Kann ich euch einfach mal so zeigen. Schaut gerne euch das Video an. Es ist leider nicht so gut angekommen, wie ich mir das gewünscht hatte. Ähm, weil auch viele sich das ja immer wünschen, dass ich auch andere Skincare-Sachen so teste. Mach ich das? Interessiert's nicht so. Naja, ich mach trotzdem weiter. Ähm, aber na, da auf jeden Fall mein absoluter Favorit und Empfehlung, wenn ihr zu Action geht, holt euch die Propolis-Maske, Leute. Die ist der Hammer. Ähm, dann hab ich jetzt aktuell in Anwendung und da bin ich einem Tipp gefolgt von der lieben Nicole von Chiquitas Place. Alternaturkosmetik, reine Pflanzenölseife mit Maiglöckchenduft. Ja, äh, sehr, sehr geil. Hab ich aktuell in meinem Badezimmer an einem Magnetseifenspender an der Wand hängen quasi. Äh, damit wasche ich meine Pinsel. Alter, Belli geht das gut. Alter Schwede, ich hab damals immer normale Kernseife verwendet, da sind die Pinsel halt irgendwann auseinandergefallen. Aber wenn man drauf achtet, dass es eine Pflanzenölseife ist, dass man entsprechend das Öl mit dabei hat, soll man nicht denken, dass danach die Pinsel ölig sind. Nein, es wird halt so sanft gepflegt, dass es eben nicht auseinanderfällt. Also, bislang hatte ich noch nicht das Problem, dass irgendein Kleber gelöst wurde, weil das ist das, was ich halt vor ein paar Jahren immer hatte, weswegen ich dann ja umgeschwenkt bin, auf die Da Vinci-Seife zum Beispiel. Und, ähm, hier hab ich einfach gemerkt, du hast richtig, richtig, richtig lange was davon. Also, Hammer! Und, damit kriegst du ratzeputz die ganzen Pinsel sauber. Bin beeindruckt! Vielen Dank, meine Wundervolle! Ähm, Dann hab ich hier von Kaimana was aufgebraucht. Ich glaube, Hair Like Cloudy 15 gilt da auch immer. Also, schaut gerne mal vorbei, ne? Tolle Kosmetik im Sinne von Haarpflege. Ähm, Liquid Hair Treatment für einen unvergleichlichen Glanz. Das ist natürlich jetzt die kleine Version gewesen. Wir sehen es hier unten auch noch in der kleinen Pfütze. Da ist so ein Liquid-Produkt drin und das gibt man sich halt quasi nach dem Schamponieren in die Längen und Spitzen rein, arbeitet das ganz, 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 ganz kurz ein. fünf bis zehn Sekunden und kann es dann auswaschen und das pflegt die Haare so schön. Also, das ist halt so für mich die Kur, die bei mir auch immer im Badezimmer steht, wenn ich keine Zeit habe, meine Haarkur lang einwirken zu lassen, wenn ich vielleicht sehr, sehr spät duschen gehe und kalt duschen gehe und weil ab einer gewissen Uhrzeit bei uns das Wasser halt kalt wird, ne? Und, ja, ich mag das sehr, sehr, sehr gerne. Kann ich wirklich empfehlen. Dann hab ich von Dermalogica was aufgebraucht. Ups, da hab ich euch ja den Adventskalender ausgepackt, das Biolumin C-Serum. Da hatte ich ganze drei Milliliter drin. Leute hat das lange gehalten, hab ich morgens auch angewendet, ne? Und, ja, das hatte ich halt auch auf dem Event mit und hab das dann zu Hause aufgebraucht. Sehr angenehm, schönes Vitamin C-Serum, was auch eine schöne Strahlkraft gibt und, ja, fand ich auch sehr angenehm. Also, hat auch nicht jetzt irgendwie blöd gekrümelt in Kombination mit Creme und Lichtschutzfaktor, weil das ist immer so mein Thema, was ich habe, wenn ich irgendwelche Produkte in der Art und Weise neu verwende, weil da bin ich jetzt ja, manche nennen es einen gefahren, andere sagen, sie hat ihre Favoriten gefunden. Ja, guck, hier habe ich dann auch noch mal einen Sachet davon hier reingeschmissen. Ja, später gab es dann halt die ganze Packung. Von der lieben Emmy habe ich dieses Serum bekommen. Oh, ich habe mich noch nicht getraut zu gucken, wie teuer das ist. Number One de Chanel, das ist einfach, wie heißt du? Serum Revitalison Eau Camellia Rouge, da waren jetzt fünf Milliliter drin. Auch das, am Event angefangen, zu Hause aufgebraucht, fand ich so schön. Oh mein Gott. Vor allem hat sich das zusammen mit dieser Wo ist sie hin? Keine Ahnung. Mit der ich das Lea Creme verwendet habe, ich habe mich gefühlt wie eine Göttin. Das war sehr schön. Ja, ich habe keine Ahnung, warum ich das gut fand. Ich habe auch keine Ahnung, was da für Inhaltsstoffe drin sind, aber ich persönlich, rote Camellia, ja, hat auf jeden Fall ganz gut getan. Ich fand, ich sah damit einfach frisch aus, auch an der, also nach einer wirklich sehr durchzechten Nacht, Leute. Dann hatten wir auch mal in der Look Fantastic Box drin, das Veleda Skin Food und das ist die nähernde Intensivpflege. Die habe ich aufgebraucht an Stellen, die kritisch waren, sage ich jetzt einfach mal. Also ich hatte öfters mal so meine, hier, meine, wie heißt das, Ellenbogen, sehr trocken, weil ich oft so sitze. Und dann geht es da halt immer drauf. Manchmal dann auch tatsächlich meine Knie, aber mittlerweile läuft Julio's ja, das heißt, ich robbe nicht mehr hinter ihm her, aber da habe ich die auch viel verwendet. An den Lippen habe ich die auch das eine oder andere Mal verwendet, wenn die halt wirklich eskalativ waren oder wenn ich mir so eine Art Augenmaske in Cremeform gemacht habe, Lippenmaske in Cremeform, habe ich dazu gegriffen. Also wirklich so an kleinen Stellen war die wirklich gut. Großflächig muss man das nicht auftragen, weil dafür ist es viel zu reichhaltig. Dann habe ich hier noch eine Zahnpasta aufgebraucht und zwar ist es die Up White Perlweiß Made by Advanced Whitening, was auch immer. Für sichtbar weißere Zähne in nur drei Tagen habe ich nicht jeden Tag verwendet. Das habe ich einmal pro Woche verwendet, einfach weil du dieses Baking Soda und so weiter, diese weiß machenden Zahnpastas, bin ich gar kein Fan von, weil die halt sehr, sehr krass auch reibend sind und so. Da sollte man jetzt nicht morgens, mittags, abends, jeden Tag so ein Ding verwenden. Nee, dann hast du nämlich irgendwann ganz kaputte Zähne, habe ich mal gehört und deswegen habe ich das einmal pro Woche angewendet. Da hat mir das eigentlich ganz gut gefallen. Habe ich jetzt einen weißen Effekt dadurch bemerkt? Nein, wie gesagt, wie eingangs erwähnt, es ist tatsächlich so, dass ich halt genetisch bedenkt und durch eine kontinuierliche und vernünftige Zahnhygiene einfach solche Zähne habe. Was nicht heißt, dass ich perfekte Zähne habe, weil ich durchaus auch echt oft mal ein Löchlein habe. Ja, das ist ja nun mal so. Aber dann lässt man das ordentlich behandeln und dann funktioniert das, auch wenn ich es furchtbar finde, da auf diesem Stuhl zu sitzen. Nun, nun, wir kriegen das alles hin. Dann habe ich hier ein Produkt aufgebraucht, was ich sehr gerne immer, immer, immer lobend erwähne und zwar von Yeppoda The Corn Bomb. Ja, da ist halt ein sehr großartiger Reinigungsbeisam drin. Ich hatte das jetzt irgendwie, dass er mir, also der letzte Rest, der hier unten drin ist, der ist mir irgendwie so hart geworden und so krümmelig. Das fand ich gar nicht geil, damit konnte ich mich nicht mehr abschminken. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal drin gelassen und, ach, den kann ich jetzt auch schon direkt trennen. Ja, ich finde den toll. Also der nimmt wirklich alles mögliche an Make-up bei mir runter, egal ob ich einen super krass, also einen super krass Glitzer, Flitzer, was auch immer Look habe oder ob ich einen krassen Mascara Look habe, ob ich mich zu Karneval schminke und da halt wirklich sehr, sehr eskalativ aussehe oder, oder, oder. Der nimmt alles runter und zwar ohne mit der Wimper zu zucken. Da habe ich hier, wo wir schon mal bei teuer sind, Grande Lash MD, das Lash Enhancing Serum, mein Wimpernserum des Vertrauens. Ich kann es euch immer nur wieder empfehlen, in die Kamera halten und davon schwärmen. Meine Wimpern sind davon explodiert, also das ist der Hammer. Ich hatte damals wirklich sehr, sehr kurze Wimpern. Ich habe euch auch irgendwann letztens mal so ein Bild gepostet. Claudi, habe ich das gepostet? Ne, ich glaube, das habe ich vergessen. Ne, doch, doch, das habe ich mal in irgendeinem Video, in irgendeinem Q&A sehr, sehr kurze, dezente Wimpern. Das war ich halt. Also meine Eltern, also gerade mein Papa zum Beispiel, mein Papa hat fast gar keine Wimpern oder Augenbrauen. Das ist einfach so genetisch. Und meine Mama ist da augenbrauentechnisch sehr, sehr intensiv unterwegs, aber auch von den Wimpern her jetzt nicht opulent. Und dementsprechend sind natürlich auch meine Gene und da freue ich mich über sowas, weil das holt echt alles aus deinen Augenbrauen, aus deinen Wimpern raus, was geht. Und ich finde es großartig, da investiere ich auch entsprechend das Geld. Ich verwende das maximal zwei Monate an meinem Wimpernkranz, weil alles, was ich halt so nah in Kontakt mit meinem Auge bringe, Eyeliner, Mascara, Wimpernserum, wird alle zwei Monate bei mir gewechselt. Das ist einfach aus hygienischen Gründen so bei mir der Fall, wenn ich das jeden Tag in Anwendung habe. Und wenn hier dann noch was drin ist, was eigentlich immer der Fall ist, kommt das in die Augenbrauen. Da habe ich zwar eigentlich auch andere Augenbrauen, Serum, Seren, zum Beispiel das von Özlem, das Lashlam, was ich übrigens auch richtig geil für die Augenbrauen finde. Habe ich aktuell auch wieder in Anwendung. Oh mein Gott, richtig gut. Aber das hier für die Wimpern ein Traum. Und deswegen kann ich euch zusammenfassend sagen, holt euch am besten auch sowieso die kleine Größe. Es muss nicht unbedingt die sechs Monatsgröße oder so sein, weil so lange sollte man das eigentlich eh nicht an den Augen verwenden. Ja, genau. Da reicht einfach auch eine kleinere Größe, wobei das hier glaube ich die große war. Sehr empfehlenswert. Ist halt einfach so ein kleines Aggregator-Ding und es kommt zu der dekorativen Kosmetik wie so ein Eyeliner. Und das ist wirklich einfach aufzutragen. Ich habe überhaupt keine Probleme damit gehabt, dass jetzt irgendwie meine Augenlider verfärbt sind oder sonst irgendwas. Man hört natürlich von Risiken und Nebenwirkungen, weil du da entsprechend auch ein Hormon mit drin hast und so. Definitiv nicht in Schwangerschaft und Stillzeit anwenden, aber ich habe zum Beispiel nur positive Erfahrungen zu berichten. Aber da hört man auch alles Mögliche, ne? Fragst du zwei Leute, kriegst du drei Meinungen. Dann habe ich hier von Rituals das Ritual of Sakura das Duschgel aufgebraucht. Das ging echt ratzfatz, dass das leer war. Mensch. Aber positiv. Das hat endlich auch mal wieder geschäumt. Ich glaube, die Kleinen schäumen besser als die Großen. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen dazu in die Kommentare. Meine kleine Review zu den Rituals-Dingern. So. Ich habe echt viel Zahnpasta hier in meinem Aufgebraucht-Video, Leute. Ich fall vom Glauben ab. Naja. Ich habe hier erstmal noch einen Grande Buff. Das ist dieses Moisturizing Lip Scrub von Grande Cosmetics. Das braucht man nicht. Das braucht man wirklich nicht. Vor allem, dass ihr war auch relativ schnell eingetrocknet. Das brauchst du nicht. Das ist ein mechanisches Peeling. Das brauchst du nicht. Dann habe ich hier, das braucht man vielleicht schon, von Laneige Cream Skin Serapeptide Toner in Moisturizer. Das war in irgendeiner Box mit drin. Und der war richtig, richtig angenehm und gut. Der hat mir richtig gut gefallen. Den möchte ich euch auch von Herzen empfehlen. Keine Ahnung, wo man den kriegt. Vielleicht bei Yes-Tile oder so. Da würde ich, ich weiß nicht, habe ich da aktuell einen Code? Claudies Welt? Müsste mal gucken. Aber, ähm, der war richtig toll. Da überlege ich mir, den sogar selber nachzukaufen, weil ich fand den sehr gut. Ich habe jetzt auch andere Milky Toner in Anwendung, jetzt gerade den von Balea und danach werde ich den von Isana auch verwenden, weil ich habe das ja in einem Short für euch auch einmal kurz zusammen gegenübergestellt und, ähm, ja, da habe ich dann erstmal ein bisschen Nachschub da, ne, aber gut finde ich den auf jeden Fall. Das setze ich mir auf jeden Fall auf meine Markechliste. Dann habe ich hier auch ein Produkt, was ich gut fand, von Skin Tegra Overnight Perfect and Plump Luna Serum Concentrate, ja, hat einfach mit, ähm, hier Hyaluronsäure und Seeds, da die Haut ganz schön durchfeuchtet und gepflegt und, ähm, beruhigt und mir gut getan. Ich weiß nicht, warum das unbedingt für den Abend sein sollte. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für über Tag ganz gut wäre. Alte Favoriten probiere ich immer mal wieder gerne, um halt wirklich auch für mich persönlich herauszufinden, was ist denn nun mein aktueller Favorit? Und dann möchte man sich ja natürlich nochmal was ins Gedächtnis rufen und da habe ich von Klinik die All About Ice Cream Rich aufgebraucht. Das ist diese hier. Damals zusammen mit der All About Ice meine absoluten Favoriten. Mittlerweile bin ich aber auch schon sechs Jahre älter als zu Anfang meiner YouTube-Zeit. Dementsprechend hat sich natürlich auch meine Skincare-Bedürfnisgeschichte etwas geändert. Das heißt, ich brauche es reichhaltiger und, ähm, da bin ich jetzt mit der so jährigen Rand von Daltone ein bisschen besser unterwegs, weil die noch ein bisschen mehr meiner Haut gibt. Also, die hat mehr Feuchtigkeit für meine Haut. Die ist sehr mild, die kann man auch gut verwenden, wenn man sehr, sehr, sehr empfindliche Augen hat, was ich eine Zeit lang hatte. Als ich die, ähm, Charlotte Tilbury Augencreme ausprobiert habe, da habe ich nämlich ausprobiert, was funktioniert bei mir am besten. Bin dann auf der Soja-Regenerant halt hängen geblieben, ne? Und, ähm, die habe ich aber auch da in dem Zuge verwendet und, äh, die hat nicht so gut geholfen wie die von Daltone halt. Nun, trotzdem finde ich die an und für sich aber sehr schön und ich bin auch jemand, ich kann die morgens und abends verwenden. Daran merkt die, wie trocken meine Haut ist, ne? Ja, und zu guter Letzt möchte ich das Ganze abschließen mit noch einer Zahnpasta. Äh, die habe ich tatsächlich dann auch nur, äh, auf dem Event mitgehabt, ne? Swiss Dent Travel Extreme Whitening Toothpaste ist nicht gut, wie gesagt, ne? Habe ich jetzt wirklich nur beim Event verwendet und, äh, ja, zu Hause dann noch ein bisschen aufgebraucht. Würde ich mir auf gar keinen Fall kaufen, weil sowas ist eigentlich nicht so gut für die Zähne. Das macht sie vielleicht ein mühweißer. Braucht man aber nicht. So, ist es da gewesen? Ich habe irgendwo noch eine Ampulle gehabt von Jean-Lassel. Keine Ahnung, wo die hingekommen ist. Wahrscheinlich hat irgendwer die gewumst. Ähm, wenn ich die finde, kommt die einfach nächsten Monat mit rein. Ihr Lieben, das war mein Müll, ne? Ich hoffe, dass ihr vielleicht so ein paar Empfehlungen und Empfehlungen mitnehmen konntet und schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Produkte ihr so zuletzt aufgebraucht habt. Vielleicht sowohl dekorative Kosmetik als auch Pflege. Würde mich interessieren. Also was euch so einfällt. Support ist immer wichtig für den Algorithmus. Dann freut er sich, ne? Ihr Lieben, das wäre es ja von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen, ein Träumchen, so umgeht es. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.